So, und wir reden mal... ...ir passte nicht, dass du ihr Gepäck durchwühlst. Sie hat dich gewarnt. Zweimal. Aber ich war doch nur neugierig. Mit Minda. Jetzt ist sie in der Wildnis. Ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihr Name weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig, mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskin ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist es. Ganz allein im Busch. Und das ist ein Nacktgebiet. Wohin ist sie gegangen? Bestlich den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Mach ich. Aber pass auf. Sie ist echt unentspannt. Ich habe schon so viele verrückte Menschen hier gesehen. Wäre mir neu. Das ist die Quest Signalsuche. Stufe 16 erfordert die. Können wir auf jeden Fall jetzt machen, würde ich sagen. Eine Osseram ist aus dem Lager nirgendwo. Das ist das, wo wir jetzt gerade sind. Nach Westen in die Wüste geflohen. Also müssen wir noch weiter weg. Es ist unwahrscheinlich, dass sie alleine in der Wildnis überleben kann. Ja, wie bei so vielen Menschen, die da einfach mal alleine in die Wildnis gehen, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ein paar Tage lang da zu überleben. So, wir stehen, wir sehen, ja, es ist schon ein bisschen hier wüstiger. Ich glaube, wir holen uns noch mal ein bisschen Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir? Oh, wir haben über 1000. War mir gar nicht mehr so, dass wir über 1000 haben. Ich glaube, eine Folge, da hatten wir nur noch so 100, 200 Holz. Das hat sich ja anscheinend schon von alleine wieder geregelt. Ich glaube, Holz findet man auch manchmal in den Truhen. Aber das ist ein bisschen seltener. Das ist ja das Reinholz, was wir brauchen für unsere Pfeile, die wir auch mal ab und zu schnitzen müssen. Deswegen ist ja eigentlich hier dieser Jägerpfeil ja ganz charmant, ne? Da brauchen wir nur Metallscham, das ist ja die Währung, und Reinholz. Und das andere ist natürlich, da brauchen wir schon ein bisschen was Spezielleres. Zum Beispiel hier Präzisionspfeil Maschinenmuskeln. Da brauchen wir mal ein paar andere Kräuter holen. Hier schreit es nach einem Lagerfeuer. Hier zeigt es mir jetzt natürlich so einen Weg. Also zeigt meistens natürlich so auf dem offiziellen Weg einen Weg an. Aber ich gehe natürlich hier über die Berge bei den Sienzwergen. Das ist mir dann auch egal. Also ich gehe dann einfach so, wie ich mir das denke. Ey Leute, das kleine Hoppelhäschen kann das auf jeden Fall. Wir haben schon viel Scheiße schon gemacht. Das passt schon. So, da hinten ist Lagerfeuer. Genau, das ist gut. Da haben wir noch eine Zwischenschnellspeicherung. Und dann, ja, glaube ich, brauchen wir jetzt nur einmal kurz mal mit unseren süßen Ärschchen hier rausschwingen und gleiten. Und dann... Segeln wir mal gemütlich zu der Osseram-Außen-Außen-Ausreißerin. Hier ist irgendwas Grünes. Und Ausrüstung um den Teich herum. Haben sie unter Wasser nach Grünglanz gesucht? Hm. Hat der nach Grünglanz gesucht? Er muss getrunken sein. Was hat der im Teich gemacht? Das ist jetzt wahrscheinlich hier eine andere Stelle. Die hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, mit dieser Quest. Aber, ja. Also, jedes Mal, wenn hier so ein Symbol kommt, hier mit solchen Wellen, dann ist das meistens, wo man, ja, tief tauchen muss. Und leider kann ich mit Aloy derzeit noch nicht lange die Luft anhalten. Deswegen brauchen wir da auch gar nicht weitermachen. Brauchen wir erst mal irgendein Gadget. Ja, wir nehmen auf jeden Fall ein bisschen Grünglanz mit. Grünglanz findet man nicht allzu oft. Hm. Deswegen, äh, nehmen wir mal so ein kleines... Rübisch mit. So, beobachten wir das mal ein bisschen von Weitem. Hier haben wir wieder die Stachelschnauze. Wir können ja die mal ein bisschen kämpfen lassen, oder? Spitzenbühle haben hier, Stachelschnauzen. Ja, nee. Ich mache mal mit. Ich bin ja nicht so. Wir sind ja hier voll, ja, Scharfschütze. Zack, so, jetzt kannst du mal einen Finisher machen. Mach doch mal was. Die NPCs sind auch so doof irgendwie. So, jetzt, jetzt hat der Wühler mich natürlich entdeckt. Jetzt, Wühler, Rache. Blutige Blutwurst, Rache. Bleib so gut, wie du bist. Dann bist du gleich tot. Ach, scheiße. Ja, auf die Wühler muss man aufpassen, ne? Die haben mich auch schon ein paar Mal aufs Horn genommen. Ja, auf die Wühler muss man aufpassen, wie du bist. Ja, auf die Wühler muss man aufpassen, wie du bist. Mein Gott, haben die einen Leitschuss. Und sogar auch zielsicher. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vergiftet. Deswegen stöhnt hier ein bisschen älter rum. Jetzt ist es vorbei. So, rede mit der Osseram. Wo ist denn die jetzt? Wo hat sie denn sich versteckt? Meistens, wenn wir dann gekämpft haben, dann gehen ja die NPCs zu in bestimmten Punkt automatisch hin. Ich weiß nicht, wo der jetzt hier sein soll. Vielleicht wieder zu einem Lager oder so. Ja, hier. Das ist wahrscheinlich ihr Lager. Tut so, als ob alles normal ist und... Ja, es funktioniert. Sehr gut. Der Draht zum Stachel ist noch intakt. Die Anlage geht noch. Bist du okay? Du hast die Maschinen besiegt. Danke, aber du solltest jetzt gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Also diese... Anlage... Sie empfängt Ton durch diesen Draht. Von dem Ding auf der Klippe. Dem sogenannten... Stachel. Aber die Nachricht ist unvollständig. Und du... Versuchst sie komplett zu empfangen? Wie hast du all das rausgefunden? Ich... Hab unterwegs einiges gelernt. Wenn du willst, können wir... Darüber reden. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als würdest du was davon verstehen. Also dann. Leg los. Wie sieht denn jemand aus, der was davon versteht? Hm. Na gut. Die Nachricht. Wie hast du die Nachricht zuerst gehört? Ich war Schmiedin oben im Anrecht. War kein leichtes Leben. Viel harte Arbeit, ohne was davon zu haben. Dann hörte ich... Eines Tages ein Flüstern von einem Stahlstab. So... Schwach wie der letzte Rauch aus einer erkaltenden Esse. Als ich den Stab bewegte, wurde das Flüstern lauter. Ich hab etwas gebastelt, die Anlage gebaut und folgte dem Geräusch, so gut es ging. Je westlicher ich kam, desto stärker wurde es. Dann fand ich den Stachel dort oben. Als ich meine Anlage anschloss, waren die Worte klarer denn je. Was ist das wohl für eine Nachricht? Ich weiß nicht. Sie hat etwas Trauriges. Wie ein Band zwischen zwei verlorenen Seelen. Ich wüsste gern, was sie bedeutet. Die Anlage. Imposante Anlage. Wie funktioniert sie? Na ja, wie du gesagt hast. Der Stachel da oben scheint den Ton einzufangen. Und dann kommt er durch den Draht in mein Gerät. Ich habe Spulen eingebaut und ein dünnes Metallblech, das vibriert und den Ton verstärkt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das tut es. Und du hast es hier aufgebaut, ganz allein? Ich traue eigentlich niemandem. Was ich tue, mache ich meist alleine. Wer bist du? Ja, ist gut, wenn man das als drittes fragt, ne? Du bist keine normale Bastlerin. Ich war überhaupt keine Bastlerin. Eher Metallarbeiterin. Ich kam aus Hauptquell. Meine Schweißnähte sind so fein, dass man sie kaum sieht. Nicht, dass das jemal jemand anerkannt hätte. Weißt du, da oben muss man ein Mann sein, um weiterzukommen. Ich hatte mal die Chance, in einer der besten Schmieden im Anrecht zu arbeiten. Hab aber den Job nicht gekriegt. Mein eigener Bruder hat nicht für mich gestimmt. Nur weil ich eine Frau bin. Wie auch immer. Hier draußen muss ich mich immerhin nicht über herablassende Männer aus Hauptquell ärgern. Ja, die sieht auch nicht aus, als ob die hier irgendwie normal in der Gegend existiert. Dein Bruder, ja. Das klingt interessant. Klingt, als wärst du noch sauer auf deinen Bruder. An manchen Tagen ja. An anderen vermisse ich ihn. Er lebt nicht mehr, deshalb. Er hatte nicht den Mumm, gegen den Strom zu schwimmen und für eine Frau zu stimmen. Nicht mal für seine Schwester. Das war feige. Das hab ich ihm gesagt. Ich hab ihm gesagt... Ich hab ihm gesagt, er gehört nicht mehr zur Familie. Doch mit der Zeit habe ich das bereut. Er war kein schlechter Kerl. Er brachte mich zum Lachen, wenn er nicht so ein Rüpel war. Das mit ihm tut mir leid. Versuchen wir, mehr zu erfahren. Ich sehe mir den Stachel mal an. Vielleicht kann ich mehr von der Nachricht empfangen. Wie? Sagen wir, ich hab auch eine Anlage. Ich wusste nicht, dass Nora Bastler sind. Sind sie nicht. Aber ich schon. Irgendwie. Bin gleich zurück. Okay, na gut. Schätze ich. Ja, ich weiß. Folge einfach den Draht zum Stachel ganz oben. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Also erst hatte hier mit dem Gespräch so ein bisschen Vertrauen in Aloy. Und jetzt tut sie es mit der Arsch wieder einreißen. Ich bin doch auch eine Bastlerin. Aber ich frage mich, was hat jetzt Aloy gemeint? Sie hat auch so ein Ding. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Na gut. Wir müssen jetzt hier hoch. losklettern. Dann reparieren wir das Scheißding da um mal. Hier gibt es so viele Klettermöglichkeiten. Also alles, was hier gelb leuchtet, sind alles Klettermöglichkeiten. Das habe ich ex angeschaltet. Diesen Tipp hat mir der liebe Ventro hier im Chat gegeben. Das machen natürlich hier die Kletter. Das muss ich hier lassen. Den ganzen Draht die Klippe hoch zu wuchten. Ja. Das ist für Haar erstaunlich. Da kann man nämlich so ein bisschen gucken, wo man hier da klettern kann. Weil bei manchen Dingern kann man ja nicht klettern. In Assassin's Creed ist es ja zum Beispiel, dass man jetzt mittlerweile überall klettern kann. Gibt es auch ein paar kleine Ausnahmen. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. So. Und wir sollen das Signal erneut erfassen. Weiß ich nicht. Es ist auch 142 am Enduring Victory. Vorratsabfuhrsignal. Und. Ich bete das zu. Nachricht. Enduring Victory. Interessant. Ich kann allerdings nicht orten, wo das Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. Das ist alles für diese kleine Nachricht, ja. Jo. Erstmal schauen wir mal, was es hier oben gibt. Das ist so. Sachen für den Vorrat. Mit so wenig gehen wir nicht wieder nach unten. Ich brauche hier irgendwas zum Klepto manieren hier. Wir haben ja was Liedernis. Oh. Frühen Glanz. Ja, ne. Das hat sich ein bisschen gelohnt. Irgendwie ist jetzt mein Kleider aus Versehen wieder ausgegangen. Ich glaube, weil ich gegen irgendeinen Gegenstand gerast bin. Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet. In einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Etwas, etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die, ähm, die, die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tee nackt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt erfordert Methoden aus der alten Welt. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie sie von drei Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch zwei. Beide hoch oben. Hm. Im Tee nackt Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines... äh... Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst? Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Silger. Wenn du es findest, Aloy. Will ich gerne wissen, was es ist. Ja, das wollen wir, glaube ich, alle. Wir sollen uns jetzt zu zwei Orten begeben. Einen zum Turm in Brennsperr und zum anderen zum Berg über der Basis. Da sollen wir ja hier noch irgendwelche anderen Dinger aufbauen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Oder eine Signalsuche machen, steht ja hier auch. Hm. Naja. Wie kommen wir denn da am schnellsten und am schlauesten hin? Ich glaube, zur Basis ist absolut kein Problem. Das machen wir mal lieber aber als zweite Stelle. Ich würde das schon so gerne in der Reihenfolge machen, wie es hier so ein bisschen schon vorgeschlagen wird. Ja. Ich würde sagen, wir reißen ganz normal. Wir können ja hier ein Reittier nehmen. Wir reißen hier ganz normal durch, damit wir hier ein bisschen mal den Nebel aufdecken und ein bisschen die anderen Sachen erkunden. Wir gehen erstmal zu eins. Ganz gemütlich. Ventro schreibt, ja, ich habe versehentlich den falschen Stream gestartet. Ja, das ist irgendwie ganz eigenartig. Also eigentlich habe ich in meiner Software den richtigen Stream angewählt. Ich habe das auch zwei, dreimal geprüft. Aber trotzdem ist das der falsche. Ich weiß nicht warum und wie das zustande kam. Das weiß ich nicht. Eigentlich bin ich mir keine Schuld bewusst, aber ich habe es auch gemerkt, dass das der falsche, der falsche Stream hier ist, den ich da quasi, die falsche Folge, die ich da angewählt habe. Naja, werde ich dann auf jeden Fall im Nachgang nochmal ein bisschen Prüfung kontrollieren. Wir reiten jetzt dahinter und da sehen wir schon einen Langhals von Weitem. Und der hat ja hier so ein Schloss. Also als ich in der Nähe von diesem Langhals war damals, hieß es ja, dass ich den nicht einnehmen kann, weil mir irgendwas noch fehlt. Keine Ahnung, was Aloy da meinte. Vielleicht hat die da einfach auch nur schlecht geredet. Und das geht in Wirklichkeit. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der auch so ein Schloss davor. Das ist auch was Neues. Hm. Ach. In deinem Alter. Hey! Okay. Das sieht ja auch spannend aus hier, oder? Was ist das hier für ein Ort? Aha. Also hier sollen wir... Wahrscheinlich gleich hochgehen. Sieht aus wie so eine Außenposten, aber... Wahrscheinlich ohne Menschen, oder? Haben die sich hier gut versteckt? Doch. Brennsperr. Aber es sind auch keine Feinde. Ja, da können wir doch einfach mal hochgehen und da mal irgendwas machen. Hallo Leute von Brennsperr. Ich möchte hier Einlass erbeten, aber irgendwie... Ihr seid hier sehr verschlossen. Ich gehe hier einfach durch die Mauern. So, wo müssen wir hin jetzt? Am Turm müssen wir das Signal ordnen können. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier hochgehen. Ui. Da war erst mal was zu klettern. Wie gesagt, man kann ja hier nicht überall hochklettern. Das ist kein Assassin's Creed. Hier muss man ein bisschen die Wege finden. Schaut euch an, diese wunderschöne Holzskulptur. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Weg ist, den man gehen sollen, aber ich sehe... Das weiß ich. Vielleicht gibt es ja hier so einen Lift. Ich gehe rein und der fährt mich automatisch nach oben. Ich glaube, wir müssen uns erstmal hier ein bisschen umschauen, was hier überhaupt Phase ist. Hier geht es auf jeden Fall so ein kleiner Weg nach oben, aber es ist ja noch nicht... Ah, wohl, hier geht es noch weiter höher. Du willst eine neue Tätowierung haben? Was hast du getan? Hattest du da draußen Ärger mit dem Fein? Gut, das geht noch ein Stück höher. Hier kann man sich hoch... Ich beachte mich einfach nicht. Ich kletter nur ein bisschen. So, ich glaube, das war jetzt falsch, was ich hier gemacht habe. Müssen wir nochmal zum Start gehen. Also, ich glaube, das ist schon der richtige Weg, den wir hier jetzt genommen haben. Warum jetzt Aloy sich hier nicht nochmal hochschwenkt, das weiß ich auch nicht. Hatten wir doch gerade geschafft. So, nochmal. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Gott sei Dank gibt es hier lauter solche Kletterdinger. Also, wie gesagt, ne. Du musst weiter klettern, um das Original zu orten. Ich finde das so gut, dass ich hier diese Kletterbalken dargestellt habe. Sonst müsste ich ja Ewigkeiten suchen, ne. Weil so, wenn das nicht gelb leuchtet, ist es natürlich ein bisschen schwieriger dann, überhaupt festzustellen, wo man hier hochgehen kann. Na ja, gut. Wer die Herausforderung mag. Also, es ist wirklich sehr einfach. Nur noch etwas höher. Ja, nur noch ein Kilometer hoch. Nach rechts einmal. Ja, jetzt. Mein Gott, ich würde hier wie so ein nasser Sack würde ich fallen, ne. Und keiner wird es hören. Und irgendwann, in der Nacht, wird einer so ganz besoffen und über mich stolpern und über meine zerplatzten Reste auf dem Boden. Und ach Gott, hier ist ja einer tot. Hast du geschafft? Gut, dass Aloy so voll krass drauf ist hier. Oh Gott, also. Ach Gott. Gott sei Dank. Ich dachte jetzt, das letzte Verkacke hier. Hier gibt es nochmal was. Auch wieder altes, schwarzes Armband, altes Metallauge. Klingt wieder, ja. Da. Zeug zum Verkaufen. Und hier müssen wir wieder das Signal erfassen. Mal, ich bete, dass du liebst. Denn es ist eine Nachricht. Noch mehr von der Nachricht, aber nicht genug, um die Quelle zu finden. Wenn ich auf den Berg bei meiner Basis klettere, müsste es klappen. Hätte mich auch gewundert. Wenn wir das jetzt schon geschafft hätten, obwohl es schon von Anfang an zwei Punkte gibt. Also hier haben wir auf jeden Fall ein neues Gebiet kennengelernt. So mal ganz kurz hier, kennen wir ja noch gar nicht. Wie hieß das? Brennpunkt? Ich glaube, Brennpunkt hieß das. Ne, Brennsperr. Nicht Brennpunkt, das ist was anderes. Aber Brennsperr, okay. Also das ist ein toller Holz. Hier gibt es auch noch eine Quest. Werden wir uns später auf jeden Fall noch mehr erkunden. Sieht aus wie ein riesiger Katscher aus dem Posten. Hm. Werden wir bestimmt mal die Geschichte dann erfahren. Jetzt gehen wir erstmal zu unserer Basis. Da soll es ja eine Möglichkeit geben. Da haben wir, weil es ja unsere Basis ist, natürlich schnell Reisepunkte. Und die werden wir jetzt auch nutzen. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, bitte. Jetzt kriege ich auch nochmal die Meldung, dass hier beim Brennsperr ein Nahkampfplatz irgendwie entdeckt wurde. Noch jetzt beim Wegreisen. Ähm, ja, also hier werden wir auf jeden Fall uns noch ein bisschen austoben, wie ihr ja hören könnt. Vielleicht auch wieder mit einer guten Kombination. Ähm, begib dich zum Berg über der Basis. Ja, ich glaube, da waren wir auch schon mal. Tja, wie kommen wir denn am schlauesten hoch hier? Ich sehe ja nur Berge. An der Südseite komme ich am besten hoch, wenn ich mehr von Sylgas Nachricht empfangen will. An der Südseite. Wo ist die Südseite? Ich glaube hier. Also, das ist ja Nord-Osten, Südwesten. Und hier wäre dann die Südseite. Also, wir sind jetzt gerade von der Westseite herangekommen. Könnte man auch versuchen. Aber, ja, hier wird mir auch jetzt wieder viel zum Klettern angezeigt, obwohl wir doch nicht von der Südseite kommen. Hm. Gibt es doch mehr, wahrscheinlich mehrere Wege. Steht auch da, klettere die südliche Seite des Berges hinauf. Kommt drauf an. Wahrscheinlich, wie man Süden definiert, aus welchem Punkt. Ach, hallo Stefan. Du bist wieder da. Herzlich willkommen. Ah, ja. Ich glaube, dieses Fähnchen da hinten, das habe ich jetzt einfach so platziert. Gut, ne, das war jetzt nur für mich so eine Markierung. Die brauchen wir jetzt nicht beachten. Schauen, ob wir jetzt trotzdem hier noch irgendwie rankommen. Hier sind noch ein paar... Ja, hier war ich schon mal. Stimmt. Genau. Wir hatten mal hier die ein bisschen mal angepiekst hier, weil ich irgendeinen Rohstoff brauchte. Das ging eigentlich. Die haben ja schon ein bisschen das Fürchten gelehrt. Aber jetzt bin ich ja auch ein bisschen stärker geworden. Jetzt beruht das vielleicht mal auf Gegenseitigkeit. So, und jetzt kommt wahrscheinlich der Grund, warum wir eher auf die Südseite hochgehen mussten. Aber gut, das geht noch. Das wird jetzt eine lange Kletterei, schreibt Ventru. Dann bin ich ja aber gespannt jetzt, wie lang das wird. Hier haben wir ja schon auch wieder was zum Greifen. Erlege, die Maschine steht jetzt auf einmal. Stand das jetzt schon die ganze Zeit? Ich habe das gar nicht so richtig aufgepasst. Also ich habe jetzt keine Lust, wieder alles runter zu gehen. Ich wollte eigentlich jetzt zum Signal hier. Ich dachte, ich wäre jetzt schon gleich oben. Jetzt steht hier, erledige die Maschinen. Sag mal, wie frech ist das denn jetzt? Wir sollten doch auf den Berg hoch und jetzt keine Maschinen erledigen. Oh, nein. Meinen die das jetzt wirklich, die Angst? Ich versuche die mal von oben so ein bisschen anzupiksen. Bleib dort unten und stirbt. Ich möchte nicht wieder runter gehen. Vielleicht nochmal einen Pfeil hinterher schießen. Ich kann ja da nicht noch ein Stück nach unten. Boah. Rungs. Das hat ordentlich gescheppert. Ich muss noch höher klettern. Ja. Jetzt möchte Aloy wieder klettern. Das wäre jetzt ein Ding. Also ich habe keine Lust, wieder hier den ganzen Weg nach unten zu gehen. Bloß, bloß, weil die sich jetzt mitten im Berg hier irgendwie entsinnt, dass wir hier doch mal ein paar Maschinen kalt machen können. Die waren auch so friedlich da unten. Die hätten doch uns jetzt hier gar nicht gestört, wenn wir hier ein bisschen oben an den Ohr gefasst hätten und irgendwelche Signale gelauscht hätten. Naja. Signal erneut fassen. Stock 142 an Enduring Victory Reno. Vorritt Abwurfsignal Echo. Paul. Ich bitte, dass du diesen fängst. Drin ist eine Nachricht für dich. Da. Ich habe die Signalquelle. Nicht allzu weit von hier. Ich muss nur hinkommen. Ich kriege bestimmt eine gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite. Ja, Ada will wieder gleiten, aber das ist echt schön aus hier. Also ich möchte euch das mal hier zeigen. Hier ist ja Reinklang. Da waren wir ja auch mal eine Weile. Das kann man hier so ein bisschen, also das, was ich hier von der Karte aus sehe, ist das Gebiet hier Reinklang. Das ist so eher so, ja, schön saftige Wiese und so weiter. Hier so ein bisschen wüstiger. Das ist so ganz faszinierend, was hier für unterschiedliche, ja, Verhältnisse hier in der Welt gibt. Das ist echt schön gemacht. Das macht ja auch die Weitsicht, das ist echt sehr beeindruckend. Wenn jetzt noch die kleinen NPCs noch zu sehen sein würden und die Maschinen, aber das wäre dann schon wieder wahrscheinlich Next Gen Plus und wahrscheinlich irgendwann mal ein Playstation 6 oder 7 hier, dann wäre das natürlich mega heftig. Aber so sieht das auch schon sehr, sehr krass aus, das muss man echt sagen. Richtig schön, so und wir sollen jetzt gleiten. Joa, dann machen wir das mal. Ich bin Aloy und ich gleite. Oh, es kann sein, dass man jetzt gleich aufkommen mit den Füßchen. Einmal schwarz geworden, ich weiß nicht aus welchem Grund. Ich glaube, das Spiel hat nochmal schnell nachgeladen. Oh mein Gott, sie gleitet jetzt wirklich. Ich muss noch schnell die Spielwelt nochmal nachladen. Wir sind nicht da an die Wand rangekommen. Hier wird es eng, hier wird es eng, hier wird es eng. Nein, zack. Wir sind auch zu Fuß gekommen. Zu Füßen. Gut, dass du nicht die Südseite genommen hast, wie Aloy vorgeschlagen hat. Achso, ah, okay. Also gab es die Südseite, laut Ventro, die ist vielleicht doch länger. Ich habe wahrscheinlich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet mit meiner Westseite. Schaut euch das mal an, ey, das sieht so geil aus, ja. Mein Fokus empfängt das Signal, das Silka gefunden hat. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich nach dem Ursprung suchen kann. Ja, und wieder mal sind wir am Maschinen erlegen. Säure bringt ja nichts. Ja, Säure bringt ja nichts, ne. Und da drüben steht ein Verwüster und der ist schwach gegen Säure. Ey, Leute, du kleine Verarscherin. Hier ist ein Quest-Großstoff drin, sehe ich gerade. Und jetzt zeigt es hier was an. Und der ist natürlich anfällig gegen Feuer. Die sind immer ganz nett, weil man die sehr gut erlegen kann mit nur wenig Schlägen. Hat er mich jetzt wahrgenommen oder geht er jetzt intuitiv hierher? Schön, den Kanister erst mal zum Platzen gebracht. Flug die Säure um die Ohren. Oh. Wer steht denn hier so Stalkermäßig rum? Und dann auch noch so ein bisschen halb verbuggt. Schön, dass der Verwüster hier einfach so steht und wartet, bis ich ihn massakriere. Die Verwüster haben natürlich immer diese Verwüsterkanonen. Die sind auch eigentlich ziemlich cool, wenn man die bei Zeiten abnimmt. Dann hat man da was Schönes. Aber jetzt ist der natürlich zufälligerweise am Rückzug. Ich wollte deine Verwüsterkanone. Jetzt, jetzt hat er mich wahrgenommen. Oh, hier war irgendwas. Das ist die Kanone, die ich meine. Das ist eigentlich meine. Die geht aber auch nicht ab hier. Bleib mal so. Ey, ich mach doch hier schon ordentlichen Schaden. Jetzt. Ja. Meine Kanone, renn weg, du Verwüster. Oh, was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Ich soll euch alle erledigen, laut Questbestreibung. Es tut mir ja schon fast im Herzen weh, aber ihr wisst, was das bedeutet. Ausrottung. Komplette Ausrottung. Da kommt der Verwüster. Und ich glaube, er hat Verstärkung mitgebracht, oder? Interessant. Das wird ja auch nicht helfen. Ja, boah, ganz schön viel geschnekelt. Ich hab nur noch fünf Schuss. Ja, irgendwie sind die Kanonen hier im zweiten Teil irgendwie leerer als im ersten. Das ist nicht schön. Kommen wir hier leicht verarscht vor. Das ist nicht so. Nicht nicht. Ich muss meine Opfer an Those. Die Wörter. Ja. 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 Ja, bei dem Prullrücken ist, glaube ich, alles gut, was irgendwie grün ist. Da muss man auf jeden Fall ran schießen oder sowas, was so toll farblich leuchtet. Der fliegt ja jedes Mal das Zeug um die Ohren von denen und dann frisst es denen selber auf. Hier in dem Fall war es Säure. Bei denen ist es ja auf jeden Fall immer ratsam, mit Feuerfallen zu schießen. Eigentlich schon, aber irgendwie... Ich bin aufgeflogen. Da hat mich das noch erwischt. Ich dachte, es stirbt vorher. Da haben wir wieder so eine kleine Stachelschnauze. Oh, das ist doch nicht. Was ist das? So, wie viele Maschinen sind es denn hier noch? Scheint ja ein riesiges Gebiet zu sein. Also ich finde das irgendwie seltsam, dass Eloy jedes Mal die Gebiete erstmal komplett säubern möchte. Ich oute mich als Südseitenkletterer. Okay, Stefan, du bist der Südseitenkletterer, deswegen hat die das vielleicht mir auch so empfohlen, weil das schon viele schon gemacht haben. Die Südseitenkletterer, boys. Wir sind die Südseitenkletterer, boys. Ich bin halt nur ein Westseitenkletterer, boy. So, jetzt muss es doch mal jetzt langsam reichen mit den Maschinen. Das ist ja irgendwann mal genug ist genug. Wir haben ja schon viele Erfahrungspunkte jetzt gesammeln können. Wir sollen die Schlucht jetzt nach dem Ursprung des Signals durchsuchen. Ich bin gespannt, wo hier jetzt überhaupt eine Schlucht ist. Also das ist wahrscheinlich die ganze Schlucht. Ich muss jetzt suchen. Was ist da hinten? Greifpunkt. Da ist eine Echse. Ich mach dir mal vorsichtshalber kalt, weil ich denke, dass wir da mal vielleicht was brauchen. Aber hier seh ich nur Wildfleisch. Der Tod war also sinnlos. Hier ist noch eine Echse. Hier ist auch nur Wildfleisch. Okay. Wahrscheinlich braucht niemand in dem Spiel irgendwelche Echsenknochen oder Echsenhäute oder was weiß ich. Wo soll ich jetzt suchen eigentlich? Schlucht, ja. Hier ist irgendwas Grünes. Das ist ein grünen Glanz. Könnte ich auch hier nochmal hochgehen. Ich hab nicht das Gefühl, dass man hier eigentlich normalerweise hochklettern kann. Aber hochspringen geht auf jeden Fall. So, wo soll ich denn jetzt hin hier? Also es ist ja ein riesiges Gebiet, was hier irgendwie abgesteckt worden ist. Irgendwo hier in der Schlucht. Ich fang einfach mal hier an. Hm. Da ist ein Signal. Ist es vielleicht das? Das Signal bewegt sich sehr, sehr schnell. Das könnte eine Drohne sein, ne? Wenn so schnelles Gerät hier, was lila ist, sich bewegt, dann ist es wahrscheinlich eine Drohne. Die brauchen wir jetzt nicht. Da bist du ja. Ha. Wie komme ich jetzt zu dir? Das sollte ich mir genauer ansehen. Das soll es also einen Eingang zur Höhle geben. Das ist hier wahrscheinlich das richtige Signal, was wir jetzt suchen sollten. Da geht's nicht rein. Vielleicht gibt's noch einen Eingang. Ach, immer das Problem mit den anderen Eingängen. Ich bin so glücklich, dass ich überhaupt mal einen Eingang finde. Wahrscheinlich ist das hier wieder ein Ausgang. Wo könnte denn ein anderer Eingang von einer Höhle sein? Wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen normal denkt. Wenn man eine Höhle bauen würde. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Ich weiß es nicht. Achso, hier gibt's... Ah, hier gibt's wahrscheinlich so eine Questmarkierung. Ich finde einen Eingang zur Höhle. Kann da sein, dass wir schon den Höhleneingang schon... Nein, das ist eine Such... Das ist ein Suchradius. Alles klar. Das ist ein Suchradius. Ich dachte... Die würden das uns schon zeigen. Hier ist doch was. Hier kann man was aufstellen. Also doch ein bisschen eher dann rechts zur Seite. Neben der Höhle. Da gibt's zumindest einen Eingang. Na gut. Rein ins Wasser. Ich hoffe, man muss nicht lange tauchen, sonst können wir hier nicht weitermachen. Scheiße, ist das tief. Oh, oh, es kann sein, dass wir das nicht überleben können. Scheiße. Ich muss zurück. Oh je, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die Quests jetzt hier noch spielen können, wenn wir jetzt so lange tauchen. Ei, 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 ei. Ich kann's nochmal versuchen. Es kann sein, wenn wir wieder hier so eine Quest haben, wo wir lange tauchen müssen, dass das nicht weitergeht. Stefan schreibt, ich fand nur während der Story schade, dass wir nur den Kleider hatten, aber nicht den Schild. Ich gucke es auch jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie man noch schneller hier tauchen kann, falls ihr da irgendeinen Tipp habt, wie man hier schneller tauchen kann. Ich hoffe, da geht's jetzt raus, sonst bin ich gleich tot. Uh, das war ein bisschen knapp, ne? Ich hab eigentlich meinen Sauerstoff gerissen. Ich weiß nicht, ob es schon an mein Leben ging. Hier haben wir die Truhe. Da haben wir militärische Ausrüstung, Sender, Metallknochen, Sprengpaste und Metallscherbe. Paul, per Fokus hab ich dich nicht erreicht. Ich hoffe, dass hier erreicht ich mit der Ausrüstung für die Stellung an der Reno-Linie. Ich wollte nur, dass du weißt, dass alle Bitterkeit verschwunden ist. Ich denke nur an die guten Dinge und ich denke an sie, wenn die Dunkelheit kommt. Klingt, als wäre er ihr sehr wichtig gewesen. Das wird Silke erfahren wollen. Und der Sender darin, der die Nachricht übertragen hat, wird sie sicher interessieren. Ja, eigentlich könnten wir jetzt auch eine Schnellreise machen, glaube ich. Aber wir machen hier noch so ein bisschen den Weg raus, falls wir hier nochmal reingehen wollen, aus unerfindlichen Gründen. Damit wir hier auch mal noch mehrere Eingänge haben. So, und jetzt machen wir mal eine Schnellreise. Ihr seht, das ist ja ein ganz schön weiter Weg. Macht auf jeden Fall Sinn. Zuselliger zurück. Und ja, ein bisschen erklären, was wir hier gehört haben. Den ganzen Stimmen in meinen Kopf. Und natürlich hier, das Zeug, was wir mal gefunden haben. Da müssen wir hin. Okay. Fallen! Mit Stil! Aloy! Die Worte vom Stachel sind verstummt. Was ist passiert? Das hier hat mit deiner Anlage gesprochen. Das ist alte Weltausrüstung zur Kommunikation über weite Entfernungen. Die Nachricht wurde gestoppt, als ich sie nahm, aber... Ich hab die Nachricht gehört, von der die Stimme sprach. Wie lautet sie? Während eines alten Krieges wollte eine Frau einem Mann, den sie kannte, Vorräte schicken. Sie wollte ihm mitteilen, dass ihre Unstimmigkeiten nicht mehr von Bedeutung waren. Dass sie an ihn denken würde, wenn... ...das Ende käme. Oh. Wir sind wohl irgendwie... ...seelenverwandt. Ich wünschte, ich könnte meinen Bruder so eine Nachricht senden. Sagen, dass ich ihm vergeben habe. Das hätte er gewollt. Das weiß ich. Dieser Mann, der... der Alte... ...hat er die Nachricht je gehört? Ich glaube nicht. Tja, das ist wohl auf der Lauf der Dinge. Doch bei... ...bei der Stärke dieses Geräts konnte die Senderin hoffen, dass er es... ...es gehört haben könnte. Tolle Sache. Nachrichten nach nah und fern zu schicken. Kann ich das behalten? Es ist... ...ein Schatz. Natürlich. Danke. Manchmal... ...erfahren Menschen nie, was sie wissen sollten. Aber mit diesem Ding... ...kann ich sie vielleicht miteinander sprechen lassen. Den ganzen Weg von Hauptquell bis... ...wer weiß wohin. Hey, ich hab in dem Lager noch ein paar Dinge gefunden. Vielleicht... ...kann ich daraus etwas herstellen? Kann ich deine Werkbank benutzen? Na klar, gleich da hinten. Jederzeit, Aloy. Sie gehört dir. Jede Werkbank, die ich finde, gehört mir. So, wir sollen aus den geborgenen Vorräten eine Waffe herstellen. Bin gespannt, was wir da jetzt zusammenfrickeln werden. Hier haben wir das Quest-Objekte. Und da haben wir den Tredorn-Stachelwerfer. Diese Waffe wurde mit den Technologien der alten Welt angefertigt. Sie schießt Bohrstacheln. Die Schaden über Zeit anrichten und sich hervorragend zum Abreißen von Rüstungen oder Maschinenteilen eignen. Klingt sehr gut. So, der Quest-Gegenstand ist hergestellt. Und wir haben die Nebenquests damit abgeschlossen. Signal Suche. Hitnung. Frau Suche.